Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Ja, ja. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Knapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen, was unauffällig ist. Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Behaltet euch mit den Vorbereitungen. Tja, ich glaube, Kobeln wird nicht ohne Macke. Cockpit? Wir fliegen nach Benghazi. Aus dem ist hier und kommen. Grimm sagt, dass Kobeln am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Ausrüstung. Ach, jetzt habe ich hier ein paar Dinger freigeschaltet bekommen. Impuls, Erlampen und Elektronen kurz deaktiviert. Ich würde mal sagen, ich gehe ohne extra neue Ausrüstung da rein. Den Granaten habe ich ja kaum benutzt. Das wird geil, wenn ich die habe. Benden und Missionen starten. Versteck. Benghazi. Libyen. Erfreie an die Kurven aus einem Benghazi-Versteck. Grimm, Lagebericht. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Nein, 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 nein. Wir kriegen ja schon hin. Da lang. Okay, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Okay, vielen Dank. In der Gasse. Schukran. Gehen Sie ruhig. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall, Milizien-Fam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Iiih. Tja. Reakes, Status. Bin noch in Besegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. versuche gerade irgendwie die sekundärwaffe zu ändern funktioniert aber irgendwie nicht okay vor auswahlmenü tab gedrückt halten und b drücken um zwischen tödlich und nicht tödliche illuminierung zu wechseln trifft ich mit kürzkontakt fragt mir denn die karte so zeig mir nix interessantes kobin finden verdammt der letzte war aber schwer das ist das amerikanische essen die von der CIA fressen und cheeseburger und sind tonnen schwer hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt wenn er zu hause geblieben wäre hätte er noch welche haben können doch stattdessen kam er hierher wenn du den boss in die quere kommen solltest kann ich das dann die minimum waffenskills für deine ausschalten anzeige ich bin sicher der typ wollte diesen elenden feigling kobin auch nicht verteidigen wir könnten ihn fragen wenn er nicht tot wäre wenn wir ihn fragen könnten wäre er sicher deiner meinung bist du witzig wie lange müssen wir außen warten so lange wiesen verwachen die ausgänge wer ärger macht wird sofort erschossen keine fragen keine gefangenen die sind voll fähigkeitsausstand ist bereit vor allem die ich aus der reichweite nennen ging doch negativ wer noch in bewegung willst du das nicht keine zeit ich geh jetzt rein die überlauf von deckung aufs sagen wir mal das spiel ist nicht so gut wie vakuum wixchen ich muss extra q drücken die überlauf von deckung aufs sagen wir mal das spiel ist nicht so gut wie vakuum wixchen ich geh mal in normal rein f1 und f um die brille zu aktivieren hmm okay k.o schlagen schalter benutzen finde und beschaffe an jedem ort datenpaket in der pallidHiya kannst du sie dir ansehen Datenpaket sammeln Sauber Gab auch ein paar Dollar Du hast mehrere Ziele vor dir, eins auf dem Balkon Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang Gute Arbeit Sauber Ich dachte er würde automatisch schreden Was hat er gesagt, dann Vorsprung Dann über den Vorsprung Ach man, das dauert viel zu lange Das dauert viel zu lange Du hast mehrere Ziele vor dir, eins auf dem Balkon Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang Gute Arbeit Schon dass ich die Feststalltasse drücken muss Dass er überhaupt rennt Nein, das gibt es nicht Was gibt es nicht? Du hast mehrere Ziele vor dir, eins auf dem Balkon Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang Gute Arbeit Alles diese Flüchtigkeitsfehler Wie kann man sich drücken? Der macht das Der läuft immer schnell Okay Man Wieso dauert das So markiert er die nicht? Äh Ich meine, wieso Wieso zeigt er mich an, dass ich den töten kann? Du hast mehrere Ziele vor dir, eins auf dem Balkon Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang Gute Arbeit Falls er hier lang geht Hm Oh Gott, ich schwitze Hopp Ich schweig die Ich wieso Ich geh das Mit dem Ich bin Ich bin Oh, das Wir Ich bin Ich wirklich Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Und jetzt hier runter? Ne, ich kann da hoch. Was ist das denn von wieder? Wie lange das dauert? Moment, muss man was machen? Das ist die Markete. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann aus dem Fenster, unter dem Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Diese Flüchtigkeitsfehler immer. Aber Konsole ist das Spiel sicher nicht so umständlich mit der Steuerung. Schnell, 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 schnell. Wieder 100 Verkundung gekriegt. Guck mal, so kann man sich's fahren. Oder hat die 100 von vorhin abgezogen? Guck mal. 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 Ach, dann ist das auf einmal E. Alter. Ich will wissen, was das Geräusch verursacht hat. Geht raus und findet den, der das war. Dann ist es plötzlich wieder... Ist der Merdo? Was will ich halte ich nach? Was gefunden? Nichts gefunden. Okay, es war immer I. Aber wieso war ich auf B?